Hallo, herzlich willkommen zu Deinen 70 Wertvollsekunden. Wusstest Du, dass Lächeln glücklich macht? Auf jeden Fall macht es richtig glücklich, spontan angelächelt zu werden. Aber Lächeln ist auch wie ein Ventil, selbst wenn niemand hinguckt. Wenn wir lächeln, baut sich Stress bei uns ab. Und Lächeln ist auch eine richtig coole Version, um mit jemandem ohne Worte Kontakt aufzunehmen. Meistens ist es so, wenn wir angelächelt werden, dass wir automatisch zurücklächeln. Und Forscher haben herausgefunden, dass indem wir zurücklächeln, wir die Gefühle des Anderen richtig selber nachführen können. Cool, oder? In der Bibel steht, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gott hat uns als Wesen geschaffen, die lächeln können. Lächeln, um Kontakt aufzunehmen, um Freude auszudrücken und um Stress abzubauen. Und ich glaube, wenn wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass er uns auch anlächelt. Erwiderst Du sein Lächeln? Die 70 Wertvorsekunden gibt's jeden Montag. Wenn Du die also wieder mal sehen willst, dann abonnier unseren Kanal, aktivier die Glocke und schau mal wieder rein. Außerdem findest Du hier auf dem Kanal den Faktencheck, Bastelvideos, Rezepte und jede Menge andere interessante Sachen. Und Du kannst jeden Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst live mitverfolgen. Wir sehen uns!